So meine lieben Sportsfreunde, neues Bundesliga-Fußball-Video, worum geht es heute? Es geht um Marco Rose, der relativ überraschend für mich dann doch noch entlassen wurde bei Borussia Dortmund nach nur einem Jahr. Also das Trainerbeben gibt weiter. Acht Trainer mittlerweile nach Saisonende entlassen. Es geht um Lucien Favre, den Hertha echt wieder mal hätte gebrauchen können als Fußballlehrer. Der wird wahrscheinlich zurückkehren in die Bundesliga zu Gladbach, wo er ja schon vier Jahre erfolgreich Trainer war. Es gibt jetzt die ersten Gerüchte, auch wenn man noch gar nicht weiß, welche Liga-Zugehörigkeit die Hertha hat. Wahrscheinlich ja eher zweite Liga. Da ist unter anderem Benjamin Kuscevic im Gespräch. Der spielt im Moment in Brasilien und Torben Rhein. Ja, ein ehemaliges Talent aus der Hertha-Akademie, was relativ früh zu den Bayern gewechselt ist. Der steht wohl vor einer Rückkehr zu Hertha BSC zurück. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran, meine lieben Freunde. Ansonsten der Hinweis, heute gibt es einen sehr, sehr langen und coolen Stream. Ab 17 Uhr ungefähr starten wir mit Reactions auf Videos von der Partie von Hertha gegen HSV. Danach machen wir einen Talk ab 19 Uhr mit dem Hertaner. Also Diagonalwahl Folge 12 ist das schon. Mit dem Hertaner, ihr habt ja gesagt, die Podcasts oder die Talks mit ihm gefallen euch. Deswegen machen wir da jetzt weiter. Und danach gucken wir ein bisschen zusammen das DFB-Pokalfinale und reacten weiter auf Videos. Also es wird ein ganz cooler Abend, würde ich mal so behaupten. Und freue mich, wenn ihr auf Twitch dabei seid. Ja, fangen wir mal an mit Marco Rose. Marco Rose, ja letztes Jahr, als das Trainerbeben so ein bisschen losging, er hat gesagt, er geht von Gladbach zu den Dortmundern, wird dort neuer Trainer und löste dann Edin Terzic die Interimslösung nach Lüschen-Favre quasi ab. Dementsprechend war der Platz in Gladbach frei. Adi Hütter kam, Adi Hütter hat den Platz in Frankfurt geräumt, dafür kam Glasner. Das war das Trainerkarussell letzte Saison. Auch diese Saison könnte es wieder ein Trainerkarussell in dem Sinne geben. Jetzt wurde Marco Rose entlassen. Man überlegt wohl, Terzic zum Cheftrainer zu befördern. Terzic war ja auch bei Hertha im Gespräch, beziehungsweise Bobic wollte ihn haben. Er hat aber lieber diese Position, sage ich mal, hinter den Kulissen bei Dortmund behalten. Wahrscheinlich mit weiser Voraussicht, dass er dann irgendwann bei seinem Klub dort die Gelegenheit bekommen wird, um die erste Mannschaft wieder zu trainieren als langfristiger Cheftrainer. Und ich hatte schon gedacht nach der Saison von Dortmund, auch wenn man Zweiter wurde, auch wenn man 69 Punkte geholt hat, ich dachte nach der Saison, mit Rose, das matcht irgendwie nicht so richtig und ich denke, der wird da nicht mehr lange machen. Dass sie sich jetzt quasi über eine Woche Zeit gelassen haben nach dem Bundesliga 34. Spieltag und ihn jetzt doch noch entlassen haben, hat wohl eine Saisonanalyse ergeben von den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht die schlechteste Lösung ist für die Dortmunder, weil klar, da gab es ein paar Schwächen mittlerweile im Kader, was die Jungheit, was vielleicht Verletzungsanfälligkeit, was auch Schnelligkeit angeht, gerade im defensiven Bereich. Aber ganz ehrlich, mit dem Kader gibt es Trainer, die da mehr rausholen. Frühes DFB-Pokal aus, viel zu frühes Champions League aus. Und in der Liga ist man zwar Zweiter geworden, aber das liegt dann doch eher an mangelnder Konkurrenz, die konstant eben gut spielt. Bayer Leverkusen hat immer so Phasen, mal auf, mal ab. RB Leipzig ist erst in der Rückrunde richtig zur Stärke gefunden. Ich glaube, wenn RB Leipzig die gesamte Saison so gespielt hätte, dann wären sie auf jeden Fall Zweiter geworden. Ja, die Dortmunder, wie gesagt, Zweiter, 69 Punkte, auch nicht schlecht, mehr als zwei Punkte pro Spiel im Endeffekt für Marco Rose. Aber wie gesagt, aus dem Kader kann man mehr rausholen. Und das war eigentlich, wenn ich mir jetzt so die letzten zehn Jahre überlege, wo die Bayern immer Meister wurden, dann würde ich tendenziell sagen, war das das Jahr, wo man sie hätte am einfachsten schlagen können. Das Jahr des Umbruchs, vielleicht wird es nächstes Jahr noch einfacher, werden wir sehen. Aber Bayern hat es halt wieder geschafft. Und die Dortmunder, für mich, haben einen viel, viel schlechteren Eindruck zum Beispiel gemacht, als unter Lucien Favre. Und Lucien Favre stand ja gefühlt jede zweite Woche in der Kritik. Wenn er gewonnen hat, war er wieder gut. Wenn er mal gewonnen hat und es war kein schönes Spiel oder 1-1 oder verloren, dann stand er direkt wieder beim Doppelpass in der Kritik. Von daher eigentlich folgerichtig, dass man jetzt auch Marco Rose in die Kritik setzt. Und unter Terzic lief es auch, meine Begriffe, es war zwar nur ein halbes Jahr, aber lief es eigentlich besser als unter Marco Rose jetzt. Alleine diese Zahl, gut, dieses Jahr im Profibereich gibt es kaum eine Mannschaft, die wenig Gegentore bekommen hat. Auch der FC Bayern viel zu viele Gegentore bekommen, dafür, dass sie Meister geworden sind. Sehr, sehr anfällig. Aber dass Borussia Dortmund 52 Gegentore hat, klar, die haben auch sehr, sehr über 80 Tore geschossen, sehr, sehr viele Tore geschossen. Aber 52 Gegentore und dann immer wieder so Spiele dabei wie gegen Bochum, wo man sagt, also sowas muss ein BVB einfach gewinnen. Klar gab es dann auch mal wieder ein 6-1 gegen Wolfsburg und so weiter. Das war halt immer diese Ups und Downs. Keine wirkliche Konstanz drin. Und gerade, wenn man sich mit den Großen gemessen hat, hatte man immer das Nachsehen. Das hat man ja auch in der Champions League gesehen. Also auch im DFB-Pokal so früh rauszufliegen. Das ist eines BVBs nicht würdig. Mal schauen, wo Marco Rose hingeht. Ist er denn einer für Hertha? Ich glaube nicht, dass er, nur weil er jetzt bei Dortmund entlassen wurde, wenn Hertha jetzt abstellen sollte, in die zweite Liga geht oder selbst wenn wir in der ersten Liga bleiben sollten, dass er sich das antut. Ich glaube, da wird er andere Angebote haben, ob im In- oder Ausland. Da gibt es ja so viel Trainerwechsel. Gerade könnte auch sein, dass Hoffenheim an ihm interessiert. Es ist keine Ahnung, wer da alles sein könnte. Es gibt ja ein riesiges Trainerkarussell gerade. Aber ja, ich muss auch sagen, vielleicht wurde er auch ein bisschen zu hoch gehypt. Also bei Gladbach war es ja auch so. Ich glaube, zwei Saisons war er da. Man hat schon Mitte der zweiten Saison gemerkt, dass dieser Abstieg von Gladbach losging, schon unter Marco Rose. Also unter Adi Hütter wurde es dann einfach nur nicht besser. Aber schon die zweite Saisonhälfte der zweiten Saison unter Marco Rose, gut, da wusste man dann auch schon, dass er geht. Das ist natürlich dann auch immer nicht einfach für eine Mannschaft oder für einen Trainer mit seiner Autorität. Aber ja, ich finde, Marco Rose ist kein schlechter. Aber ich weiß nicht, ob er der Trainer ist, für den er teilweise gehalten wurde in der Öffentlichkeit beziehungsweise wie er in Dortmund präsentiert wurde. Ich glaube, der ist nicht einer der absoluten Top-Trainer. Ich glaube auch nicht, dass er zu Hertha kommt. Wobei man schon sagen muss, ich glaube, das wäre schon einer, der im Verhältnis jetzt gesehen von den Trainern, die wir in den letzten Jahren hatten, ja, eine langfristige Lösung bei Hertha sein könnte. Aber natürlich nur, wenn man in der ersten Liga bleibt. Ich tendenziell, ich weiß, da sind die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man in der ersten Liga bleiben würde, was ich ja mittlerweile selber gar nicht mehr glaube, aber würde sogar ein Adi Hütter besser finden als Marco Rose. Also auch wenn Adi Hütter vielleicht sogar größer gescheitert ist bei Gladbach, finde ich, ist das eine passendere Person. Klar, manche werfen ihm Arroganz und so weiter vor. Aber ich finde, der hat so ein bisschen diese Art, die man vielleicht auch in Berlin braucht. Und ich weiß nicht, ob Marco Rose, der wirkt für mich nicht, der hat für mich nicht das Charisma, was man vielleicht als Trainer an den Tag legen muss, um in Berlin zu bestehen mit diesem ganzen Umfeld, mit diesem Druck, mit diesen Journalisten, mit den Fans und so weiter, mit diesem ständigen Big-City-Club und immer den Erwartungen hinterherrennen. Ich glaube nicht, dass Marco Rose da für einer wäre, unabhängig davon, dass ich auch nicht glaube, dass er zu uns gehen würde. Niko Kovac hat uns ja gefühlt zum fünften Mal abgesagt, was auch völlig okay ist. Wir haben ja schon mit dem Herthaner neulich drüber gesprochen. Vielleicht ist er auch gar nicht der Richtige für Hertha. Es wurden ja auch bei seinen beiden letzten Stellen, sowohl bei Bayern als auch AS Monaco bekannt, dass er am Ende die Kabine einfach nicht mehr hinter sich hat. Und da muss man halt auch überlegen, wir haben ja schon, selbst wenn Bobic jetzt den größten Umbruch aller Zeiten macht und wir in der ersten Liga bleiben, haben wir einfach ein Problem mit der Kabine. Wir brauchen einen, auch wenn Magath für mich jetzt auch keinen schönen Fußball spielt, aber wir brauchen einen, wo die Mannschaft aufblickt und sagt, für den gehe ich durchs Feuer. Du brauchst einen emotionalen Catcher, du brauchst einen, der die Mannschaft kitzelt, der die zusammenhält und so weiter. Und ich glaube, er, so wie man Niko Kovac in den letzten beiden Amtsperioden erlebt hat, wo er Trainer war oder Amtsstation, dass er da gar nicht der Richtige für wäre. Und ja, da geht er zu Wolfsburg. Wolfsburg schon etwas überraschend. Andersrum muss man sagen, jetzt können manche sagen, was will er denn in Wolfsburg? Ganz ehrlich, alleine die Stadt, die Fans ist ja kein großer Club und so weiter. Aber ganz ehrlich, so sinnlos finde ich es gar nicht. Er hat ja immer mit England geliebäugelt, vielleicht kamen da nicht die passenden Angebote. Und jetzt ist er halt bei einem Club, der auch völlig hinter den Erwartungen geblieben ist. Ja, also das heißt, selbst wenn die irgendwie Achter oder so werden, dann hätten sie sich schon verbessert im Vergleich zur jetzigen Saison mit Van Bommel und mit Kohfeldt. Und die haben halt sehr viel Geld. Der kann da sehr viel mitgestalten. Das wird bestimmt wieder eine Transferphase, wo man sagt, boah, da hat der VfL aber wieder was rausgehauen. Die haben ja auch an sich schon einen guten Kader. Also ich würde schon sagen, dass sie mit dem Kader in die erste Tabellenhälfte gehören. Und mit einem guten Trainer hat man ja gesehen, können sie sich sogar für die Champions League qualifizieren, siehe Glasner. Und den Kader hatte man ja letztes Jahr sogar noch verbessert. Und jetzt kommen im Sommer wieder noch ein paar, wie Kaminski und so weiter. Also rein sportlich gesehen, auch finanziell wird es für ihn sicherlich Sinn machen. Bei Hertha ist einfach klar, da ist seine Heimat, da hat er dafür gespielt. Der hat hier sein ganzes soziales Umfeld. Aber am Ende sieht man ja, wie Hertha Trainer verbrennt in dem Sinne. Also es wird immer schwieriger für uns, auch einen Trainer zu finden, weil die Trainer wissen, du, wenn ich ein anderes Angebot habe, vielleicht gibt es einen Karriereknick, wenn ich zu Hertha gehe. Man sieht ja selbst bei Felix Magath, dem fällt es mega schwer. Und vielleicht steigen wir sogar mit ihm jetzt ab. Das wäre sein erster Abstieg in seiner gesamten Karriere. Und Hertha hat es mal wieder hingekriegt. Also ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt mal so überlegt, wie seine letzten Stationen gelaufen sind von Niko Kovac, ein höheres Regal als Wolfsburg, hätte er vielleicht auch gar keine Angebote mehr bekommen. Auch wenn er jetzt uns immer wieder abgelehnt hat. Aber ich glaube, ein höheres Regal wäre gar nicht in Frage gekommen. Was ich ganz cool finde, nicht weil ich jetzt Gladbach mega mag, aber ich habe jetzt auch nichts gegen Gladbach, ist, dass Lucien Favre wieder in der Bundesliga ist. Und ich muss ehrlich sagen, seit ich Hertha-Fan bin, war das für mich trotzdem die schönste Zeit. Weil da hatte ich eine Dauerkarte, eine Ostkurve, bin viel auswärts gefahren. Wir hatten diese Fast-Meistersaison. Und ich fand Lucien Favre schon immer einen sehr, sehr sympathischen Trainer. Und man hat einfach von Anfang an gemerkt, was der für eine Ahnung vom Fußball hat. Und viele von euch haben ja gesagt, als es noch die Möglichkeit bestand, dass wir noch vielleicht in der Liga bleiben, vielleicht wäre der Lucien Favre noch mal einer, wenn er zu uns zurückkommt. Und der hatte sich ja mit Gegenbauer damals verworfen. Aber ja, wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass Gegenbauer abgewählt wird oder freiwillig geht. Und da hatten ja viele gedacht, na ja, vielleicht könnte Lucien Favre zurückkehren. Jetzt kehrt er zurück, aber nicht zu Hertha, sondern zu Gladbach. Und da muss man auch sagen, die Gladbacher haben natürlich immer noch eine viel bessere Ausgangslage als Hertha BSC. Selbst wenn wir in der Liga bleiben sollten, bin ich mir sicher, dass wir nächstes Jahr wieder um Abstieg kämpfen. Alleine wegen dieses Riesenumbruches, weil da nichts stimmt im Verein, auch hinter den Kulissen, ob jetzt im Präsidium, im Aufsichtsrat, in der Geschäftsführung. Da stimmt es an allen Ecken und Enden nicht. Uns werden viele Talente verlassen. Wir werden wieder irgendwelche Mentalitätsspieler à la Mao Lieder holen. Also ich glaube nicht, dass Lucien Favre da Spaß hätte. Und vor allem Lucien Favre hat ja auch eine gewisse Philosophie. Der ist ja ein richtiger Fußballlehrer. Und ganz ehrlich, wenn man sich den Kader anguckt, da kann noch so ein toller Fußballlehrer kommen. Du wirst mit dieser Mannschaft keinen schönen Fußball spielen können, weil es fehlt an allen Ecken und Enden an Kreativität, an Schnelligkeit etc. Von daher völlig schwachsinnig. Ich habe von der Waren gesagt, der wird niemals zu Hertha gehen. Bei Gladbach hatte er ja eine sehr erfolgreiche Zeit. Er ist ja mittlerweile 64 Jahre alt, der Schweizer. 2011 ist er damals zu den Gladbachern gegangen. Also knapp ein Jahr, nachdem er bei Hertha entlassen wurde. Und da war es ja so, da war Gladbach ab und an mal noch in der zweiten Liga. Da hat auch Gladbach wieder um den Abstieg gekämpft. Und er hat damals die Relegation gesichert mit Gladbach. Und ist drin geblieben und hat den Verein eigentlich so ausgerichtet, dass sie dann irgendwann wirklich wieder auch Stammgast in Europa waren. Und hat den immer sukzessive immer weiter verbessert. Also zumindest die Mannschaft war dort vier Jahre Trainer. Hatte im Schnitt 1,65 Punkte. Und danach war er, glaube ich, nochmal ein Nizza-Trainer. Hatte ja da unter anderem Balotelli unter sich. Dann war er nochmal ein Dortmund-Trainer, wo er für mich teilweise zu Unrecht andauert in der Kritik stand. Weil Dortmund hat unter ihm fast zwei Jahre lang echt Bayern-Parole geboten. Aber es hat einfach nicht gereicht. Das waren so gefühlt die besten Bayern der, weiß ich nicht, letzten 30 Jahre. Und gegen die musste er ankämpfen. Also ganz ehrlich, mit den Leistungen, die er damals erbracht hat als Trainer, wären sie bestimmt in so einer Saison wie jetzt Meister geworden. Das war eine steile These. Aber ich fand immer, der stand, vielleicht auch, weil ich so viel Sympathien für ihn habe, aber ich fand, der war viel zu übertrieben kritisiert von den Journalisten und teilweise auch von den Dortmund-Fans. Wobei ja wahrscheinlich auch nicht alle so gedacht haben. Ich denke schon, dass das matchen kann. Wird auch interessant werden mit Gladbach jetzt, wo Eber weg ist mit diesem Wirkus. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von dem halten soll. Heißt ja Wirkus, der hier mit dem Schnauzer, der so im 80er-Jahrestyle unterwegs ist. Bin gespannt. Auf jeden Fall Lucien Favre, ein toller Trainer. Gladbach muss auf jeden Fall auch was am Kader machen. Der ist zu verkrustet, war ja eigentlich letztes Jahr schon geplant, hat da nicht so richtig geklappt. Das war ja auch einer der Gründe aus Adi Hütters Sicht, warum es nicht geklappt hat mit ihm. Der hätte da einiges an Veränderungen sich gewünscht bezüglich des Kaders. Mal schauen, was jetzt im Sommer passiert und was Lucien Favre aus dieser Truppe rausholt. Eins steht auch fest, auch die Gladbacher haben vom Kader her auf jeden Fall Minimum das Zeug, um eine Conference League mitzuspielen. Und das stand ja dieses Jahr nicht einmal zur Debatte. Die waren ja zeitweise sogar im Abstiegskampf, auch wenn ich nie daran geglaubt habe, dass die absteigen. Aber Lucien Favre ist für mich schon ein Match, vor allem auch in Gladbach. Der kennt Gladbach, der war da jetzt auch nicht unbeliebt. Schauen wir mal, wie das wird. Und jetzt kommen wir zu den langsam wieder neu aufkommenden Gerüchten. Transfermarkt.de beziehungsweise Deportivo die Zeitschrift berichtet, dass Hertha wohl Interesse hat an einem Innenverteidiger. Na Mensch, endlich mal einen Innenverteidiger. Benjamin Kuscevic heißt der 26-jährige Mann, ist Schilene, hat aber auch die kroatische Staatsbürgerschaft daher der Name, wahrscheinlich daher auch die Verbindungen von Bobic. Der hat ja sehr viel mit dieser einen Beraterfirma zu tun. Müsste ich jetzt nochmal prüfen, ob der Spieler auch von der Beraterfirma beraten wird, die ja damals auch Jovic, Kostic und so weiter organisiert haben. Ja, 26 Jahre alt, eigentlich bestes Fußballer, spielt aber nur, was heißt nur, aber bei Palmeiras in Brasilien, also hat jetzt noch nicht einmal in einer der europäischen Top-Ligen agiert, 1,86 groß, Innenverteidiger, 1,5 Millionen Marktwert, hat noch bis 2025 Vertrag, wäre sicherlich nicht ein sehr, sehr teurer Transfer, auch wenn er noch ein bisschen Vertrag hat, wahrscheinlich 1,5 Millionen. Ja, bei Palmeiras 38 Spiele gemacht, 0 Tore, eine Vorlage, vorher hat er bei CD Universidad Katholik gespielt, 82 Spiele, 5 Tore, 0 Vorlagen, war sogar mal in der, wie heißt es immer, Castilla oder so, bei Real Madrid, in der Jugendabteilung, hat da für die U19 fünf Spiele gemacht, aber war nie irgendwie Stammspieler in der ersten Mannschaft oder so, oh sorry. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, was soll dieses Gerücht? Es steht bei Fußballtransfers geschrieben, dass er nur kommen würde, falls wir die Liga halten, wie gesagt, ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube da nicht mehr dran, aber auch da denke ich mir schon wieder, vielleicht ist es nur ein Gerücht, vielleicht ist es sehr, sehr weit hergeholt, aber wenn sowas stimmen sollte, ey, was sollen wir mit dem Innenverteidiger? Okay, er ist Rechtsfuß, das muss man ihm anlasten, wir haben Innenverteidiger en masse, eigentlich haben wir einen Jordan, da bin ich mir mittlerweile sicher, dass der wechseln wird, ob wir jetzt in der ersten Liga oder in der zweiten bleiben, weil Hertha anscheinend nicht auf ihn setzt. Marthorn Dardai, riesen Talent, noch vier Jahre Vertrag, werden wir verkaufen, auch wieder ein bisschen Geld machen, damit wir wieder Geld für Zweitligaspieler aus Frankreich oder jetzt, wenn wir absteigen, Drittligaspieler aus Frankreich haben. Marthorn, bin ich mir auch sicher, wird wechseln und der wird nicht wechseln, weil wir absteigen, sondern der wäre auch so gewechselt, bin ich mir auch sicher. Aber da frage ich mich, was sollen wir, was, wozu zum Teufel brauchen wir einen Innenverteidiger? Wir haben sogar noch mit Linus Gechter verlängert, wir haben Boyata, der hat noch lange Vertrag, wir haben Mark-Oliver Kempf gerade verpflichtet. Was soll das? Wie kann überhaupt ein Innenverteidiger im Gespräch sein? Wir hätten rein theoretisch sogar noch ein Alderete. Gut, da wollen wir jetzt ein bisschen Geld mitmachen, wissen wir aber auch noch nicht, was mit dem passiert. Jetzt muss man sagen, gut, Benjamin Kuscevic ist Rechtsfuß, natürlich Marthorn und Jordan, beide Linksfüßer. Die Position wird blockiert von Mark-Oliver Kempf, den wir geholt haben, aber zur allergrößten Not kann es auch mit zwei Linksfüßen in der Innenverteidigung spielen. Es gibt ja auch viele Mannschaften, die mit zwei Rechtsfüßen in der Innenverteidigung spielen. Also da spricht jetzt auch nicht so unfassbar viel dagegen. Also das wäre die letzte Position, aber wirklich die letzte Position, wo ich jetzt jemanden suchen würde. Also für mich völlig unverständlich. Es wird immer, also alle Gerüchte machen mein Meinungsbild vom Bobic schon noch schlimmer. Das heißt ja nicht, dass alle Gerüchte stimmen. Aber dieses ständige, ob es ein Gangkamp ist, ob das ein Luca Netz war, ob das ein Marton Dada ist, ob das ein Jordan ist, dass alle Leute, denen ein bisschen was an Hertha liegt, vielleicht spielen die auch nicht perfekten Fußball, aber denen ein bisschen Hertha am Herzen haben, werden alle abgegeben und durch schlechtere, vielleicht günstigere, bin ich mir nicht mal sicher, ob die günstiger sind als unsere eigene Talente, durch schlechtere Spieler ersetzt. Wir hatten ja auch das, oder ich hatte ja das Video gemacht zu Anton Kade, den man jetzt wahrscheinlich auch abgeben will, oder was heißt abgeben will, aber wo man den Vertrag einfach noch nicht verlängert hat. Also geht es noch, mir fällt zu diesem Bobic nichts mehr ein. Wie gesagt, lassen wir uns jetzt mal noch das Spiel am Montag abwarten, dann kommt ja mein Dreiteiler, schon nächste Woche, vielleicht auch erst übernächste Woche über Fredi Bobic. Also für mich ist es eine absolute, eine absolute Katastrophe, was hier überhaupt für Namen im Gespräch sind, was hier für Positionen gesucht werden. Es ist völlig, es ist für mich wirklich, da fällt mir kein anderes Wort mehr ein zu, als es ist für mich völlig geisteskrank. Es ist für mich völlig geisteskrank. Was man Benjamin Kustelwitsch noch positiv anrechnen kann, er ist jetzt A-Nationalspieler geworden bei Chile, musste halt auch erstmal schaffen, durfte schon dreimal für die A-Nationalmannschaft spielen, hat auch für die U19 schon ein paar Spiele gemacht. Aber selbst der Spieler würde ja nur kommen, wenn wir in der ersten Liga bleiben. Das muss man sich mal überlegen. Das wäre ein Spieler, wenn man den Quellen trauen darf. Also klar, da immer sehr viel Vorbehalt, was in den Zeitungen stimmte, war einfach falsch. Ich zitiere Podolski. Klar muss man mit Vorsicht genießen, die Gerüchte, aber stellt euch mal vor, manchmal frage ich mich wirklich, was ist das Beste, ist es nicht das Beste runterzugehen, auch wenn ich von diesem gesunden Abstieg eigentlich gar nichts halte. Ich halte davon nur was, wenn Bobic weg ist, weil wenn das die Kaderplanung für die neue Saison, als Marton abgeben, Jordan abgeben und einen 26-Jährigen, der noch nie in einer der europäischen Top-Ligen gespielt hat, holen als Innenverteidiger, dann werden wir nächstes, also wir werden so oder so dann nächstes Jahr wieder im Abstiegskampf sein und wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr absteigen. Also für mich, für mich wirklich, wie gesagt, alleine wenn ich so eine Gerüchte höre, Fredi Bobic ist stark in der Kritik, im Verein, um den Verein herum, aber auch völlig zu Recht, ja, völlig zu Recht, wenn das Spieler sind, mit denen wir in der, falls wir den Nicht-Abstieg schaffen würden, für die erste Liga planen. Das sind keine Flügelspieler mit Tempo oder so im Gespräch, nee, da ist ein Innenverteidiger im Gespräch, also da fällt mir, also sorry, aber da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, was vielleicht ganz cool wäre, das wäre ja sogar einer mit ein bisschen Hertha-DNA, Torben Rhein, 19-jähriges Talent, war, wann war denn das, 2017 von Hertha zu den Bayern gewechselt, also mit 14 Jahren, sehr, sehr früh, sehr, sehr großes Talent, ist wie gesagt unsere Jugendakademie durchlaufen, mittlerweile ist er 19 Jahre alt, er ist zentraler Mittelfeldspieler, also so acht, kann aber auch auf der Sechs spielen, Vertrag hatte er bei Bayern nur noch bis 2022, Marktwert von 1,2 Millionen immerhin, bei Bayern 2 nicht schlecht, der wird jetzt ablösefrei wechseln und die Bild-Zeitung und Transfermarkt.de titeln, dass er wohl zu Hertha BSC wechseln könnte, zurück in die alte Heimat, ja, um hier Spielpraxis zu sammeln oder den nächsten Karriere-Schritt zu machen, weil er bei Bayern diese Perspektive nicht sieht, in den Profikader zu kommen und dann nur Regionalliga spielen, wird seinem Niveau auch nicht gerecht, also viele bescheinigen ihm ja, der wird auf jeden Fall sich mindestens in der zweiten Liga durchsetzen, vielleicht sogar Bundesliga-Qualitäten haben, wenn wir sehen, ob es am Ende dafür reicht, für Bayern 2 hat er diese Saison immerhin 17 Spiele in der Regionalliga Bayern gemacht, dabei kein Tor erzielt, aber vier Vorlagen, also insgesamt hat er für Bayern 2 29 Spiele, ein Tor, fünf Vorlagen, für Bayerns U19 hat er 26 Spiele, sechs Tore, sieben Vorlagen, für die U17, 26 Spiele, zwölf Tore, vier Vorlagen, er ist auch deutscher U-Nationalspieler, also hat von der U15 bis zur U19 alle U-Mannschaften von Deutschland durchlaufen, da insgesamt 26 Spiele und fünf Tore, bin ich jetzt nicht abgeneigt, also ein Talent, das schon mal bei Hertha war, was sich bei Bayern vielleicht nicht durchsetzen konnte, aber was ablösefrei zurückkommt, was ein Berliner Junge ist, habe ich kein Problem mit, der wird jetzt auch nicht Unsummen verdienen, warum nicht, ich meine, wir haben jetzt gerade mit Mesut Kesik, heißt der glaube ich, einen Profivertrag abgeschlossen, der genau die gleiche Position begleitet aus der U19, muss man sich halt fragen, ja, von der Kaderplanung her oder von der zukünftigen Planung auch für die zweite Mannschaft, wie viele Spieler im zentralen Mittelfeld brauchen wir tatsächlich, brauchen wir nicht mehr auf anderen Positionen, aber fände ich eigentlich ganz interessant, wenn er zu uns zurück wechseln würde, für Bayern 2 wäre das übrigens das zweite größere Talent, sage ich mal, was man ablösefrei verliert, ich meine Bayern, gut, auf eine Million können die auch irgendwie verzichten, aber jedes Jahr so einen Jugendspieler ablösefrei zu verlieren, ist glaube ich auch nicht in deren Interesse, also nur um das mal aufzuzeigen, weil wir ja viele Fehler machen in der Jugend, selbst bei Bayern in der Jugend werden Fehler gemacht, zum Beispiel letztes Jahr schon Angelo Stiller, der ja mittlerweile bei Hoffenheim zumindest mal sich zu einem Bundesligaspieler integrieren konnte, der ist auch schon ablösefrei von Bayern 2 gegangen, jetzt wäre der zweite Spieler, der ablösefrei von Bayern 2 geht, Torben Rhein, den wir ja damals abgegeben haben, würde ich begrüßen, würde ich ganz ehrlich begrüßen, was haltet ihr denn von den Gerüchten, wie viel glaubt ihr, ist an so einem Gerücht von Benjamin Kuschewitsch dran und was denkt ihr davon, sehe ich das völlig falsch oder sind wir hier völlig, sind wir hier in einem Affenzirkus angelangt, was, also wenn das nicht nur ein Gerücht ist, sondern sich überhaupt mit dem getroffen wird für die Kaderplanung der ersten Liga, sag mal, sorry, ihr könnt gerne eine andere Meinung haben, aber ich verstehe die andere Meinung nicht, da kann man nur meiner Meinung sein, meiner Meinung nach, meiner Meinung sein, meiner Meinung nach, Torben Rhein, wie gesagt, würde ich begrüßen, ablösefrei, kostet nicht viel, er hat da ein bisschen im Blut, aber ob der jetzt bei uns in der ersten Liga sich durchsetzt, wage ich mal zu bezweifeln, wahrscheinlich wäre es eher der nächste Michelbrink, der eigentlich zu gut ist für die zweite Mannschaft, aber nicht gut genug für die Bundesliga, aber wer weiß, wenn wir absteigen, wenn wir vielleicht Spieler wie Suat Serda, Askasiba, Toussaint, alle verlieren, wer weiß, vielleicht läuft man dann neu auf mit Jugendspielern wie Rhein, wie Keschik, vielleicht gehen wir ja dann endlich mal diesen Weg, den wir uns ja auch wünschen, wobei ich es bei Fredi B-Punkt einfach nicht glaube, so wie der mit unseren guten Tafelsilbertalenten umgeht und dann immer nur Plastikbesteck zurückholt, glaube ich eher, dass der sich in der zweiten brasilianischen Liga umschaut, falls wir absteigen oder in der zweiten chilenischen, ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu rein, mich würde auch eure Meinung zu Marco Rose interessieren, würdet ihr den, also ist für mich völlig abwegig, dass er zu Hertha kommt, aber würdet ihr den bei Hertha haben wollen oder sagt ihr, nee, selbst wenn wir in der Liga bleiben, selbst wenn der das wollen würde, hätte ich den gar nicht gerne, ich hätte lieber Adi Hütter, würde mich mal interessieren und ansonsten sehen wir uns nachher im Stream, freue ich mich sehr drauf, morgen gibt es natürlich wieder ein neues Video, ich muss nochmal schauen, morgen ist ja die Pressekonferenz um 9.30 Uhr, ja, am Sonntag um 9.30 Uhr, ich überlege, ob ich entweder morgen die Vorschau mache mit Tipps und Gegneranalyse vor dem Rückspiel in Hamburg am Montag oder ob ich das Video erst Montag hochlade, wird auch ein bisschen darauf ankommen, wie schnell der Hammer-Graphic schneidet, wie schnell der Stadion-Vlog fertig ist, weil wenn der Stadion-Vlog morgen fertig ist, am Montag, vielleicht gibt es aber morgen auch schon wieder so viele neue Gerüchte oder so viele neue Sachen, über die wir sprechen müssen, dass ich sowieso ein extra Video machen muss, vielleicht kommen morgen auch zwei Videos, wer weiß das schon alles, über Hertha gibt es immer genug zu berichten. Was ich aber nochmal an der Stelle anmerken muss, danke für eure ganzen Kommentare unter dem letzten Video, hilft schon sehr, ich habe ja zwölf Stunden lang auf jedes Kommentar geantwortet oder auf jeden Kommentar geantwortet und ich muss sagen, natürlich gibt es immer Deppen, aber die gibt es auch bei unter uns Hertha-Fans, ich fand es echt sehr, sehr respektvoll, wie viele Hamburger da kommentiert haben und wie fair die kommentiert haben, fand ich ganz, ganz toll und auch von den Nicht-Hertha-Fans, die natürlich völlig zu Recht sagen, wir gehören eigentlich nicht in die erste Liga vom Fußballerischen, aber der ganze Verein gehört natürlich in die erste Liga. Ja, macht auf jeden Fall Spaß mit euch in den Kommentaren und hat mir gestern so ein bisschen war wieder Selbsttherapie, dass ich hier nachts die Kommentare gelesen habe und beantwortet habe, das hilft mir auch weiter bei der Frustbewältigung, das war ja der Grund, warum ich mit den Videos überhaupt erst angefangen habe. Ja, also wir sehen uns nachher auf Twitch, wir sehen uns morgen wieder auf YouTube und es ist Wochenende, hoffentlich gibt es, ja, gibt hier irgendwie eine Unwetterwarnung, hoffentlich wird es nicht so stark werden oder es war es schon, das Kleine, was es gab. Ja, ansonsten bleibt blau-weiß und es bleibt doch eh nichts anderes übrig und wenn man jetzt in der zweiten Liga auf einmal sagt, nee, jetzt bin ich kein Hertha-Fan mehr, dann war man auch kein richtiger Fan, muss ich auch mal ehrlich sagen. So, macht's gut, ihr Männer, hao he und bis dann. また heute Nacht. Bis zum nächsten Mal.